Bist du sicher, dass es hier ist? Was? Wo wer warten soll? Er hat nicht fest zugesagt, dass er kommt. Und wenn er nicht kommt? Kommt ihr morgen wieder? Und dann übermorgen? Vielleicht. Und so weiter. Ich heiße dich, bis er kommt. Siehst du was kommen? Nein, nein. Wer ist Goudot? Sie haben mich für Goudot gehalten. Oh nein, man hat keinen Anspruch. Wer ist das? Wissen Sie, wer mir all diese klugen Dinge beigebracht hat? Meinten Lacken. Ohne ihn hätte ich nie etwas anderes gedacht. Etwas anderes gefühlt, als die niederen Dinge, mit denen ich beruflich zu tun habe. Und nun Jachin schafft! Einen so treuen Diener! Was wollen wir jetzt machen? Vollst du nicht? Komm, wir gehen. Wir können nicht. Wir warten auf Goudot. Ich kann, aber nicht mehr! Sag eben, wasch! Was sollen wir denn jetzt machen? Wir warten auf Goudot. Ich kann nicht in der Himmel allein, in der Himmel allein, in der Himmel allein, in der Himmel allein. Ich kann nicht in der Himmel allein, in der Himmel allein, in der Himmel allein, in der Himmel allein. Dass er sein wie ich den Himmel allein über China drive. Was kommen wir jetzt? Ich kann wirklich Tänken, hau geben.